Mit dem Explorer bringt die Firma Falkenthal ihren ersten Multifunktionsrucksack auf den Markt. Bisher war Falkenthal ja hauptsächlich bekannt für ihre Fahrradtaschen. Ich möchte euch diesen neuen Multifunktionsrucksack von Falkenthal in diesem Video ein bisschen näher vorstellen. Das Beste ist, ihr könnt auch direkt einen gewinnen und das sogar in eurer Wunschfarbe. Ich fange mal direkt mit den verschiedenen Farben an. Meiner hier hat die Farbe samt Grün und den Explorer gibt es noch in den Farben Mint Blau, Rot und Schwarz. Was mir direkt richtig gut gefallen hat, dass man zum Rucksack dazu auch die passende Bauchtasche bekommt. Die kann man klassisch als Bauchtasche benutzen, als Slingback oder wenn man sie gar nicht benutzen möchte, kann man sie auch direkt im Rucksack verstauen und hat sie so immer dabei. Die Hüftgurte, die für einen komfortablen Sitz am Rücken sorgen, kann man auch ganz einfach in der Rückenplatte verstauen. Wie schon die Multifunktionsfahrradtaschen von Falkenthal hat auch der Explorer an der Rückenplatte ein kleines Geheimfach. Wenn ich mit einem Rucksack unterwegs bin, nützt mir auch die beste reflektierende Jacke nichts mehr, weil der durch den Rucksack am Rücken verdeckt wird. Das Falkenthal-Logo und weitere Elemente hier beim Explorer sind reflektierend, was gerade auch von Vorteil jetzt in der dunklen Jahreszeit ist. Der Rucksack hat 22 Liter Volumen und die kann ich noch durch die dehnbaren Netztaschen an den Seiten erweitern. Da kann ich zum Beispiel meine Trinkflasche und meinen Regenschirm transportieren. Die meisten Rucksäcke verfügen ja über ein Hauptfach und ein Frontfach. Der Falkenthal Explorer hat zwei Frontfächer, das untere noch mit diesem Ordnungssystem. Das finde ich ja richtig gut, da findet man die Sachen auch schnell wieder und hat sie nicht einfach nur da reingeschmissen, um es da drin rumwühlen. Wenn ich mit dem Rucksack auf dem Rad unterwegs bin, habe ich mit dem integrierten Netz auch noch die Möglichkeit, meinen Helm zu transportieren. Was ich so auch noch bei keinem anderen Rucksack gesehen habe, der Explorer hat im Boden ein integriertes Nassfach. Da kann ich halt unabhängig vom Hauptfach nasse oder schmutzige Kleidung oder so wie hier die Handschuhe unterbringen. Wenn ich jetzt ein Interesse an dem Falkenthal Explorer geweckt habe, kannst du zum einen an meiner Verlosung teilnehmen. Dazu schreibst du einfach einen Kommentar unter dieses Video mit dem Hashtag Explorer. Die Verlosung ist dann am kommenden Mittwoch schon ab 19 Uhr in meinem Livestream auf meinem Live-Kanal. Den Link dazu findest du hier in der Videobeschreibung. Oder du besorgst ihn dir direkt bei Falkenthal. Ab der kommenden Woche werden die Rucksäcke auch ausgeliefert. Es ist jetzt ganz neu auf dem Markt und wird dann wahrscheinlich bis Weihnachten auch noch passend ankommen. Der Gewinner-Rucksack hoffentlich auch. Dazu kannst du auch meinen Link in der Videobeschreibung benutzen. Darüber gibt es dann auch 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Falkenthal. Ja, das soll es schon gewesen sein mit diesem kleinen Vorstellungsvideo von dem neuen Multifunktions-Rucksack Explorer V22 von Falkenthal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.